Hallo, wir gehen Karl ein Geschenk kaufen. Schau mal, wie viele wir sind. Wo wollen wir uns alle hinsetzen, Bianca? Im Kofferraum. Im Kofferraum. Bianca macht den Kofferraum zu. Und Bianca fährt in ihrem... Sitz. Oh, in dem Sitz ist irgendeine Überraschung. Eine Überraschung. Ein Armband. Ein Armband, das ist schön. Zieh es an. Baby, und du fährst in Biancas Armen. Ich fahre mit dem Baby. Ja, halte sie, okay? Baby, hab keine Angst. Schau ins Fenster. Das Baby spricht. Bring es bei, Mama zu sagen. Mama. Baby, sag Mama. 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 Gut gemacht. Lopez, sag gut gemacht, Baby. Gut gemacht, Baby. Wir müssten wohl Baby auch ein Geschenk kaufen. Babys schlafen in Autos oft ein. Ich glaube, Baby ist eingeschlafen. Und wir sind da. Baby, wach auf. Sie ist aufgewacht. Hurra. Jetzt fahre ich den Kinderwagen. Und ich trage Bianca. Du nimmst das Baby und die Mama trägt mich. Und jetzt haben wir getauscht. Wasser. Wasser. Bianca, gibst du dem Baby was zu trinken? Nein. Wieso nicht? Man muss doch teilen. Gib ihm ein bisschen. Das Baby trinkt wie Erwachsene. Noch ein bisschen, Bianca. Danke. Danke. Baby, schau. Papageie. Ein Papagei. Und wie heißen diese Vögel? Na, Papageie. Die Papageie lachen. Da sind wir im Kindergeschäft. Bianca, komm. Wir suchen ein Geschenk für Karl. Das ist ein Tannenbaum. Komm, Bianca. Das sind Autos. Wir können Karl ein Auto kaufen. Und das hier, schau. Das ist ein Ofen und ein Topf. Ein Ofen und ein Topf. Und was ist das? Das ist eine Mikrowelle. Oh, das dreht sich ja. Und das ist ein Hund. Nehmt mich mit. Ich will mit Karl spielen. Oh, ein sprechender Elefant. Okay, wir nehmen dich mit. Bianca, nehmen wir diesen Elefanten mit? Schau, was er für Ohren hat. Nehmen wir. Jetzt müssen wir zur Kasse gehen, nicht wahr, Bianca? Wer ist das? Ein Flamingo. Ein Flamingo. Für den müssen wir bezahlen? Wir müssen für den Flamingo bezahlen. Der Flamingo wird mit Bianca wohnen. Der Flamingo hat ein Etikett, weil er neu ist. Das Etikett nehmen wir ab. Der Flamingo geht zu Bianca. Zeig ihm den Baby. Wo ist sie? Baby, wo bist du? Hallo, Baby. Das ist ein Flamingo. Flamingo. Du bist selber wie ein Flamingo, Bianca. Mama, nimm mir die Jacke ab. Mir ist heiß. Karls Geschenk. Wir legen es unter den Weihnachtsbaum. Was für ein schöner Weihnachtsbaum. Eule. Und noch eine. Eule. Mama, Eule. Mama, Eule. Und ihre Kinder. Piep, 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 piep. Noch ein Geschenk. Wahrscheinlich für Paul. Karl. Karl. Er ist schon unterm Weihnachtsbaum. Wir zeigen ihm seine Geschenke. Schau, Karl. Das ist eine Maus. Piep, 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 piep. Ich hab dich lieb. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Und das hier. Oh, 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 ohi. Voll schwer. plenty uh. Ui. Piep, 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 piep. Da steht Karl drauf. Oh, 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 oh. Wie schwer. Wie? Wie. Helfen wir der Maus? Schau mal, Karl. Schweres Geschenk. Was könnte da drin sein? Lass es uns herausfinden. Karl, komm. Lass uns mit diesem Geschenk anfangen. Bi, bi, bi. Was ist denn das? Das ist ein Pyramidenhaus. Schön bunt und hoch. Schau, Karl. Pyramide. Gut gemacht. Die können wir mehrmals zusammenbauen. Ui, ui, ui. Was ist denn da drin? Wir müssen den retten, der da drin ist. Ich spreche hier. Oh, wer bist du denn? Ein Elefant. Hallo, Elefant. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Denn ich bin bei Karl zu Besuch. So, kann ich mich vorstellen? Komm, ich hole dich raus. Ein Elefant. Mit großen Ohren. Bi, 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 bi. Fahr mich. Nimm mich mit. Ist gut. Nimm mich, Karl. Das ist mein Ohr. Elefant. Bring mich zu den Kugeln. Gut. Gut. Pi, 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 pi. Karl, schau, schau. Ich hab hier Kugeln. Fang. Pi, 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 pi. Fang. Karl hat das gut gemacht. Komm, wir legen den Ball. In den Elefant. Ui, ist ja toll. Karl lernt mit Bällen zu spielen. Hurra. Bianca hat dir so ein tolles Geschenk ausgesucht. Für Karl. Magst du es, Geschenke zu machen? Überleg dir, was du deiner Mama, deinem Papa und deinen Freunden zum nächsten Fest schenken kannst. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht wahr? Tschüssi, tschüss. Pi, 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 pi. horse. Ja. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.